Hoch über dem Erdboden, in den Tropenwäldern Nordkolumbiens, lebt Shakira mit ihrer Familie. Sie ist ein konversationsfreudiges Listaffenweibchen. Sag Ola! Auch wenn man es nicht vermutet, kommuniziert dieses knapp 400 Gramm schwere Äffchen in einer hochentwickelten Sprache mit 38 verschiedenen Rufen aus Zirp- und Pfeiflauten. Der Laut, den sie gerade von sich gegeben hat, wird B-Zirpen genannt und richtet sich oft an Menschen. Um die Komplexität von Shakiras Sprache zu begreifen, sollten wir ein paar der Zirp- und Pfeiflaute erlernen und untersuchen, wie deren Kombinationen grammatische Sequenzen bilden. Das Zirpen, mit dem uns Shakira begrüßt hat, gehört zu einer Kategorie von Rufen, die man modulierte Einzelfrequenzsilben nennt. Diese bestehen aus kurzen Lauten, auch Zirpen genannt, sowie langen Schrei- und Kreischlauten. Forscher haben festgestellt, dass es acht verschiedene Zirp-Typen gibt, die sich in Schweifung, Dauer, Maximaltonhöhe und Frequenzveränderung unterscheiden. Außerdem hat jedes Zirpen seine ganz eigene Bedeutung. Zum Beispiel benutzt Shakira das C-Zirpen, wenn sie sich Nahrung nähert, während sie das D-Zirpen nur dann von sich gibt, wenn sie Nahrung in der Hand hält. Einzelne Pfeiflaute übermitteln jeweils eine bestimmte Botschaft. Es gibt acht verschiedene Zirplaute und fünf verschiedene Pfeiflaute. Anhand der Modulation werden die einzelnen Pfeiflaute in vier Kategorien eingeteilt. Quietschen, am Anfang modulierte Pfeiflaute, am Ende modulierte und gleichförmige. Wie bestimmte Intentionen ausgedrückt werden, veranschaulichen die am Anfang modulierten Pfiffe auf wunderbare Weise. Diese ändern sich je nach Shakiras Entfernung zu anderen Familienmitgliedern. Wenn Shakira weiter als 60 Zentimeter von ihrer Familie entfernt ist, gibt sie einen großen, am Anfang modulierten Pfeiflaut von sich. Ist die Entfernung geringer, ist es ein kleiner, am Anfang modulierter Pfeiflaut. Nachdem wir nun ein paar Zirp- und Pfeiflaute gelernt haben, möchte euch Shakira zeigen, wie sie diese Laute in ihrem Alltag verwendet. Auf dem Weg zu einem Futterbaum für die erste Mahlzeit des Tages sagt sie ein Laut, der meist bei entspannten Erkundungen verwendet wird. Plötzlich jedoch entdeckt sie den Schatten eines Falken. Mit dem E-Zirpen gibt sie Alarm. Der Ruf warnt ihre Familie vor dem Raubvogel. Shakira springt im Baum auf einen sicheren Ast. Als die Luft rein ist, begibt sie sich zu ihrem Vater. Moment mal, wer ist das denn? Ach so, ihr jüngerer Bruder Carlos. Beim spielerischen Raufen piepsen Listaffen häufig. Oh je, er ist wohl ein wenig zu grob. Mit Schreien ruft Shakira ihre Eltern um Hilfe. Als ihr Vater sich dem Fellknäuel nähert, lässt ihr Bruder von ihr ab. Shakira schüttelt sich und kratzt sich am Kopf, um ihr Haar in Ordnung zu bringen. Dann entdeckt Shakira eine fremde Gruppe Listaffen und hört deren normalen langen Ruf. Sie wendet sich ihrer Familie zu. Habt ihr das gehört? Erst ein Zirpen, dann ein Pfeifen. Das bezeichnet man als Kombinationsvokalisierung. Ein Satz aus Zirpen und Pfeifen, also zwei aneinandergereihte Rufe, die eine Nachricht übermitteln. Bei dieser Kombination signalisiert das F-Zirpen ihrer Familie die Anwesenheit der anderen Gruppe und der normale lange Pfeiflaut in welcher Entfernung. Mit anderen Worten, Shakira hat gerade einen Satz gesagt. Diese einfache Demonstration ist aber erst der Anfang. In ihrem Repertoire hat sie noch Trillern, Schnattern, mehrere Pfeifrufe, weitere Kombinationsvokalisierungen und sogar Zwitschern. Aber leider werden wir wohl nicht alles hören, was sie zu sagen hat. Ihre Zirpsonaten hoch über dem Erdboden vermischen sich mit dem dumpfen Hacken von den Macheten der Baumfäller. Shakiras Lebensraum in Kolumbien wird immer weiter abgeholzt. Ohne unsere Bemühungen, die bedrohten Listaffen zu schützen, werden sie noch zu unseren Lebzeiten aussterben. Wenn das Gezirpe von einem Listaffen zum anderen mehr als nur Geplauder ist, was gibt es dann sonst noch zu entdecken? Stellt euch vor, was Shakira uns noch alles erzählen könnte. Unstillbarer Wissensdurst? Abonniere unseren Kanal und befriedige deine Neugier.